Willkommen zurück in die Kiste getan? Ja Alex, so bist du Irgendwo am Arsch der Welt in der Höhle Lars, lass uns sie mal besuchen Tim Du kannst eure Diamanten gar nicht klauen Du kannst sie nicht klauen und die Tor kaputt machen und das wäre eine Kriegserklärung Ja Du willst mit uns keine Kriegserklärung Nein, willst du nicht Mike, mach mal wieder auf Normal, ne? Achso, ja, Moment Slash Difficulty 2 Lars, ich guck mal kurz nach unserer Farbe Ist ja nicht so, als wäre das jeder von uns hätte machen können, aber The choppiness all the sea, du Rengler Tim, du und deine Piratensprache können halt euer Maul halten Also Tim Ja Ich bau einfach mal oberirdisch irgendwas Ich habe gerade Bock auf ein Haus Ich baue ein Haus Oh, ihr baut ein Haus Gott sei hier schnell Herr Alex, Alex, ich wollte gerade sagen Seid besser ruhig Das geht jetzt nach hinten los Ja, aber wir warten darauf Bis wir die Schlucht hier voll ausgebaut haben Dann gehen wir erstmal tief in den Wald und da abbauen Dann legen wir erstmal den Grundstein für unser Diamanten Und wir legen den Grundstein für unser Diamanten Und wir legen den Grundstein für unser Diamanten Alex, du solltest Dianz nicht sagen, bevor du fragst, was du gefunden hast Äh Alex, du hast den Erfolg Diamanten erzielt Also wir haben jetzt schon Wir haben jetzt schon Dreiundzwanzig Vierundzwanzig Vierundzwanzig Fünfundzwanzig Fünfundzwanzig Mein Kraft Z. Aus Das ist kein Hund Das ist kein Hund Das ist kein Hund Mein Kraft ist kein Hund Für Tim ist es ein Hund Der Tag Ja Okay Leipers Das ist Tim ist wahrscheinlich wieder kurz davor zu sterben Nimm ich auch mal Wie immer halt, ne? Hm Restart Minecraft Also wir Also es steht 28 zu 0 was Diamanten angeht Ja wir sind gut halt Das holen wir noch auf Wir haben noch genug Zeit Nein Ich lass das doch lieber ähm 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 Vollbild aus Hm? Mhm? Moment Das ich aber dieses Blubber hier gerade gefallen muss 2, 2, 1, B 9 So Oh scheiße er ist wieder da Oh hat das viel gebracht Boah Also mein reflekt ja fast schon ein bisschen nicht Mhm Angers hast du Nee da geht nicht Also Tim Tim Angers hast du falsch heute am Minecraft Alter sowas Das macht doch keinen Spaß Ich hab einen FPS Was machst du falsch? Ich hab 1 FPS Ich hab 11 Ich hab 11 Ich hab 11 Nein ich nehm ich nehm schon den Bildschirm aber ich nehm wirklich gerade meinen Kopf auf Weißt du es gibt bei OBS Es gibt bei OBS Unterschiede zwischen Gameaufnahme und Bildschirmaufnahme Hä? Hä? Und theoretisch kann und das ist gerade wirklich ne Gameaufnahme und nicht mal ne Fensteraufnahme Jetzt reicht's Ich ich Beende gleich den gesamten Task von Java Nicht abbauen das da Nicht abbauen So ich komm jetzt langsam wieder nach oben Leute Mit der Hülle hier unten bin ich fertig Und wehe Jetzt frag die Hand Tim warum hast du das Spiel verlassen? Good job Film warum bist du gefährlich? Tja! Geil! Geil! Ich glaub ich hab grad nen Spawner gefunden Nein ich glaub ich hab grad nen Spawner gefunden Jetzt kommt Philipp und mach den kaputt Nein ich bin nicht in meiner Nähe von Mike Trotzdem machst du gerne den Spawner kaputt Ja das stimmt Aber ich bin nicht in der Nähe von Mike Das ist dumm, das ist trotzdem dumm Ja auch Philipp Spawner sind meine Todfeind Wie geil Philipp Das war kein Spawner Das war der Gang den du gegraben hast Ich hab da Wir haben jetzt Wir haben jetzt eine Einzelverbindung Wir haben jetzt eine Einzelverbindung zur Schlucht Oh Lars kannst du mir mal verraten Wieso du das Spawner kaputt machst? Ich spawner nicht mag Weil da Viecher herauskommen die mich hier unten bringen wollen Ja wenn du ausleuchtest Dann bau sie doch zu Dann leuchtet sie aus Aber Spawner sind eine Erfahrungsquelle man Spawner sind böse Nein Dann geh weg von Spawnern So Philipp stimmst du mir zu Spawnern sind böse Leute ist es Tag? Ja Es ist lag Wie hoch steht die Sonne? Gar nicht Mitte Zenith, ja Ok da komm ich jetzt raus Er kommt mal aus einem Loch gekrochen Alter War das knapp Ich hab Ich hab nicht damit gerechnet dass dieser komische Lebenssand nach unten fallen kann Mhm Alex wo warst du überhaupt? Ähm In einem System aus drei verschiedenen Schluchten 5000 Höhlen gingen Gut warte ich komm dir entgegen Dann geb ich dir eine Schlüssel für die Truhe Nein ich bin ganz woanders Ich bin irgendwo in einer dritten Schlucht rausgekommen Alex ich hab dich gefunden wo ich aber gesehen konnte das Alex Guck mal da unten Hey wo war's? Ich bin unten Ach hey Ach jetzt bist du da Wolltest du mich verarschen? Ja will da Warum nicht? Philipp wo bist du? Wo seid ihr denn? Ich bin bei Alex Nein wo bist du ungefähr? Hey Wo das ungefähr ist damit ich zu euch kann Hey Philipp Philipp komm her Nein Fuck Nein Creeper Nein keiner will mich hier spielen Nein Um Hm 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 Ich hasse das Schauen zu bringen Tim 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 Ja Ja Dann ist Krieg Nein Wenn Lars alle Villager tötet Dann ist zwischen uns Krieg Nein Dad Ich dachte du meintest ihr macht das Lars lass die Villager am Leben Nein Nein Tim Der wird jetzt alle killen Nein Du kann jetzt mir irgendjemand mal unseren Schlüssel geben Ja warte ich komm grad nach Hause Uh Ich bin der Ich bin der Wenn du mich suchst ich bin der Typ der gerade spaßlich über die Bäume zu uns nach Hause springt Lars Lars Warte 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 ich muss noch mal wirst du mir mal die Koordinaten Äh da lang Ja komm mal mit Die sind nicht weit Sie müssen unser Lager da drüben noch ausräumen Ja mach mal was ich schau aber Alex und dann gib mir die Koordinaten Das ist für den Notfall Ach wo sind denn meine Koordinaten Und ich habe es Sonic Rain Boom genannt Wie kann ich dir denn Das war freund Warte kurz Leute Leute ich brauche ersten dringend das bin ich tot Und dann gib mir nur die Schlucht den Zierlern Alex Oh fuck Ja Komm her kriegst du nen Schlüssel Gleich warte wir holen jetzt grad nur noch unsere Reste aus der Schlucht Wir bauen unser Lagerbundchen um Äh toll da muss ich gleich wieder wenn ihr alle vom Server runter seid Äh die Schlucht Äh auf die Wieder einzelne Truhe das Passwort drauf tun Warte so Philipp du sagst mal alles ein ich mach die Kohle zu blöcken Du wolltest das Passwort Tim ich schreib dir das in Skype ist das ok Also einfach mach für Minecraft schon einmal ok Äh wo ist denn hier jetzt Ich kann nichts mehr einnehmen alle Ich kann nichts mehr nehmen alle Toll Tim bei mir steht ja nur Alles was du kannst du tun ist in die Kiste drüben Ach ne Moment wo sind denn die Die drüben ist voll Könnt ihr bitte aufhören dazwischen zu reden Wo steht denn die jetzt nicht Bei uns im Lager dann mach halt noch ne Kiste Es geht nur darum dass wir jetzt erstmal alles zu komprimierten Blöden machen Wenn du auf 3 drückst dann stehen da ja die Koordinaten Jaja da steht bei mir aber nur grade Feed, Block, Shunk Also ich weiß grad nicht Ja ja Block Block und Feed ne Feed ist wo du grade stehst und Block ist nur der ungefähre Block auf dem du grade stehst Ja Du hast geändert halt Ich brauch einfach nur die erste und dritte von dem Block Hey Muss ich mich jetzt erstmal merken Philipp brennt drüben schon mal alle Rohstoffe die du hast du schon Ich mach vielleicht noch ein paar Öfen hin ich hab ein paar Stacks an Rohstoffen Die Spannung steigt Ich mach grad nen Ofen hier drüben Ich mach grad nen Ofen hier drüben Tim das war jetzt die erste und jetzt kommt die zweite also das hinterste Hä? Nein ich iss mir Hä wie das hinterste Also das erste müsste jetzt x sein und das hinterste müsste jetzt y Was ist denn heiße Angelegenheit? Einen Ofen bauen Ohhhh Warte mal was? Was? Wo ist... Wo ist... Okay Scheiß Frau Eisenerz Also Tim ich hab dir das jetzt in Skype geschrieben ne? Hä? Hat irgendeiner grade mal Eisenerz? Du hast das Komma mit dir? Ich bring grad nen paar Stacks Eisenerz nach Hause Ja warte ich bräuchte eins fürs nächste Achievement Hallo Ich hab natürlich jemanden gehabt Ja Ich brauch eins fürs nächste Achievement Lars Die Blockordinationen reichen Du weißt schon ne? Die drei Zahlen hinter dem Komma Das ist nicht mal ein Block Ist mir egal ich hab dir das trotzdem geschrieben Also Tim Ja Ich bin dafür dass wir in das Dorf umziehen Die haben schon die geilen Sachen zum Angebot Äh Felix Ich nimm mal die hier Und hol es noch mehr Kaffee Alex 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 Hey hinter dir Ja Hm Ich tausche Knochen mit Passwort gegen ein Eisenerz Achso Lars Ist das dein Haus hier aus Granit? Ja Das hab ich versucht zu bauen Das ist wunderschön Eisenerz Nicht Cobblestone Das war ein Versehen Aber das ist noch nicht wirklich fertig Hier drüben Tim Moment Wo bist denn du? Guck grad im Hm Hm Moment Bleib da stehen wo du bist Ich laufe zu dir Glaube ich Glaube ich Äh ich hab noch ein halbes Herz Und wenn ich in der Nacht lange warte Dann sind da wieder Skelette Und dann bin ich Hier vorne Äh also Stehst du bei meinem Haus an Granit? Nein Ich bin schon weiter in Richtung Dorf Ich muss eben ein Dia Ich geh mal ein Dia abbauen ne Ich bin jetzt Mike Meine Höhle Da bleibst du raus Das ist die selbe Höhle die ich auch gefunden hab Also Also hier nix ne Äh Alter wir hatten hier wieder das Wasser freigegraben Lass das da Das hab ich grad extra gemacht Es gibt nen anderen Ausgang Ich schwöre gibt nen anderen Ausgang Das ist mir egal ich will auch runterkommen Also ich weiß jetzt nicht wo du herläufst Ja dann Das ist ja damit du einfacher runterkommst Wir treffen uns da Philipp so kommst du schneller runter Du Idiot Na da vorne läufst du Äh Schnell Ins Haus Geh du mal ins Haus Ich hab noch ein paar Leben Idiot ist ein Zombie Ja natürlich Lars dieser Eingang ist sehr sinnvoll gebaut Welcher? Hier Ach ja Ich hab dir nicht gebaut Ich hab dir nicht gebaut Also ich hab dir nicht gesagt Guck mal was sieht Ähm Was ist das denn so Und kann ich nicht Wir Dorfbewohner wie geil ist das denn? Die haben ne richtige Die haben ne richtige Zahrendorfbewohner Ich muss nur irgendwann noch Und hör auf dich an Dorfbewohnern aufzugeiden Oh ja Oh ja Kartoffeln 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 Jetzt in der Kartoffel zum Aufgehalten auch nicht viel besser Rappage Rappage Hol noch aus unserer Tour ein paar Knochen Hol so viele Kartoffeln raus wie möglich Aber die bräst du nicht Sondern wir legen drüben eine neue größere Farm an Ha diesmal sind wir die ersten Gerade noch in der Höhle Ja Ich komm irgendwann wieder raus Was? Also Tim wir ziehen jetzt ins Dorf rum oder? Ja Und holst du gleich die Sachen dann? Ja ja wenn du mir eben hier runter hilfst Ja ja ich baue eben hier das Feld wieder an damit ich dir Brot machen kann weißt du? Das kannst du auch gleich noch machen ich will hier raus Ne hier sind gar nicht Skilette und so weißt du du sollst jetzt nicht direkt sterben Oh das sind Zombies Das ist das Skilette Du hast jetzt erstmal von mir viel Brot Ach Gott wo bist du du? Hier oben drin Hm Okay Oh Ja jetzt können die doch wohl auch mal hier raus Ja sollten sie jetzt aber nicht Ist da noch was gelesen? Bleibt drin Ich gebe dir was drin zu essen Okay Ah diese Scheiß-Tong Ich ständig aus dem Alt kommen Wo bist du du? Ja Na 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 Danke Weißen Wohle Spreker Schere Was? Der hier ist geil Der hier ist geil Der gibt dir für 17 Ich verstehe kein Wort bitte Ja er sagt du kommst dir noch halber Du kommst dir noch halb an Läxt voll Halb ist Untertreib Ja okay Halb ist ne Untertreibung Ist von dem Achtel Warte warte ich guck in den Chat rein Ich guck in die Serverliste Nämlich Ach Whetstone okay wir haben inzwischen schon 22 Blöcke Ja ich hab Also du hast Corona verpist dich Nö du kriegst keinen Whetstone Ich hab auch ohne Ender Whetstone dabei Wir brauchen keinen Wir haben zwar 22 Blöcke und brauchen keinen einzigen von denen aber du kriegst trotzdem keinen Whetstone Äh okay wir beenden Ja jetzt 3, 2, 1 Ja jetzt 3, 2, 1